hallo ich hätte bitte einmal gerne pommes ja gerne bitteschön das macht einen euro für dich hier bitte ein euro danke oh ich freue mich schon so auf meine leckeren pommes oh hier ist ja eine bank frei da kann ich mich ja hinsetzen die pommes lecker so lecker entschuldigung entschuldigung das tut mir leid aua 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 hilfe was ist da hinten denn mit meiner tochter passiert oh nein tochter was ist denn passiert mama das mädchen ist vor mein feld mit dem roller gefahren das tut mir so leid ich wollte das nicht wirklich komm ich nehme dich erst mal hoch schätzchen hallo ist hier jemand der den notarzt rufen kann ja ich kann ihnen helfen ich rufe den notarzt an notruf zentrale wie kann ich ihnen helfen hallo ja hier ist ein mädchen vom pferd gefallen und sie müssen schnell kommen hallo ist das mädchen was vom pferd gefallen ist ja ist es sie wir glauben sie hat sich zum bein gebrochen okay dann lege ich sie jetzt erst mal auf die liege und schaue mir bein an so ich drücke jetzt mal hier und und du sagst mir ob es wehtut achtung so wie es ausschaut hast du dir wahrscheinlich das bein gebrochen so wir geben dir erst mal eine krücke damit du richtig laufen kannst warte okay oh gott du hast mir aber heute einen schrecken eingejagt ich glaube wir gehen jetzt erst mal nach hause so